Oh, fuck Leute, schnell! Vorsicht, 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 Falken! Ich muss doch den Papi holen! Ja, schnell, wir müssen hier weg! Oh Gott! Nein, oh Gott, ich wurde aufgefressen! Das ist nicht das Ziel des Spiels! Fries, Fries! Einfach unten links, da in der Karte, das ist ein Viereck! Ja, in der Ecke! Oh, den haben wir mal niedergehunted hier, das war ja krass! Ja, hol dir! Ja, nice! Oh, oh, oh Gott! Schnell, schnell, Fabian komm! Was geht mit dir aufs Aue, Mu! Hier waren vorhin Big Black Balls! Der Wacht! Ich glaub, den müssen wir essen! Ich will den nicht im Mund haben! Ich möchte den nicht mehr haben! Ich beschütte dich, Frä! Vorsicht, Frä, 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 Frä! N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N! Ich versuch, ich versuch, euch hier einen hinzulocken. Papi, Vorsicht, komm nicht so da zu mir. Nein! Das war natürlich nicht geplant. Huschen, pass auf. Ja, Free, sehr gut. Ja, unser Top Warrior Free ist am Start. Ich glaub, der Spiel... Nein! Sorry, ich hab nicht gefuttert. Der Mars versucht mich... Zugriff! Ich volls grau... Scheiß die Wand an, nur um Himmels Willen. Ich probier's. Was hast du bemerkt? Ich hab bemerkt, wenn ich auf Facebook keine Werbung mache, dann bekommen die Folgen. Also wenn ich das dann nicht poste, das ist ja nach 6 Stunden. Hallo! 50, 60, 70 Klicks und keinen Daumen runter. Und sobald ich auf Facebook Werbung mache, kommen die Daumen runter angehagelt. Oh nein! Stell das hoch! Nein! Fahr weiter hoch! Fahr hoch! Ach halt, du hast mich echt gepusht. Dankeschön. Warte, ich... Jetzt fick ich sie! Oh shit! Ich fahr hoch! Ich hab Angst! Vorsicht! Na, hier in der Fiktion. Wir finden es heraus. Wir kommen bei X-Faktor. Lass uns was machen. Ich bin bei dir... Krass, Marc! Guck mal, ich bin in Carlos drin! Das würde ich jetzt nicht so laut sagen. Ja, ich mein natürlich... Hm... Guck mal, ich bin in Carlos drin! Ja, ich hab das richtig stolz gesagt. Ich weiß, das war echt peinlich. Hab ich kaposch! Ich hab jetzt... Ach, jetzt sind wir gerade hochgefahren. Wir kommen runter, wir kommen runter. Big black balls! Ab jetzt bleib ich nur noch ganz nah ran gesucht. Du kann man besser spielen, hab ich gehört. Das ist der Dumbabla. Hallo? Ja, sehr gut. Ich bleib mal kurz stehen. Oh shit! Carlos ist da! Schnell! Geh weg! Oh Gott, der will! Ja, das ist mein Ex, ne? In dem war ich vorher noch drin. Shit! Ich bin bei Carlos. Okay! Nein! Oh, hallo! Grasmask, Vorsicht! Da kommt was dickes! Ach du Scheiße! Oh mein Gott! Ja! Ich hab keine Vögel! Sarah, da ist Sarah! Friss Sarah auf! Oh! Fuck! Oh mein Gott! Nein! Shit! Aufgefressen! Ich hab's einfach überlebt! Oh mein Gott! Du bist irgendwie so oben rechts mittig, halb links! Oh! Hier ist einfach ein riesiger Planet! Schnell weg hier! P-p-p-p-p-p-ka-face! P-p-p-p-ka-face! Lalalala! Nein! Er hat mich schon wieder gefressen! Oh mein Gerd! I can set you free, free! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Free! Hallo! Russian Comedy! Wir fahren uns nach unten rechts übrigens! Oh nein! Wie wir zu 14! Oh mein Gott! Oh nein! In der Sekunde... Nein! Der frisst wieder mich! Fuckin' like the puffy! Fuckin' like the pussy! Oh fuck! Garde rade 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 rade! Ja! Ah, oh mein Gott, wie geil das gerade eben war. Tja, voll gefickt und so, weißt du, he he. Okay, okay, ich hol ihn jetzt, ich hol ihn jetzt, ich hol ihn jetzt den Carlos. Guck mal, er meint. Oh, wer kommt denn da drüben? Was für ein Planet schon wieder? Schnell, wir haben es, oh Gott, wir wischen uns. Nee, nee, nee. Da kommen diese Orangen und frisst mich auf. Grasman! 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 Die Grasmaske. Free weight of me. Warte auf mir. Oh Gott. Ja, free weight of me. Das ist unser Start. Sehr gut, wir werden, oh mein Gott, komm was da hinten kommt, schnell weg. Folgt mir. Oh, ich seh nix, ich bin zu klein. Hinter uns kam was ziemlich großes, wir müssen noch ein Stück, wir fahren einfach hier hoch. Das ist Glück, dass du bei dir im Dorf der coolste bist. Oh, fuck Leute, schnell hoch. Was war das? Schnell weg. Comedy, ich fahr vor, warte. Michel, Michel, es Michel. Tja, Michel. Oh, fuck, nein. Devil wish, devil wish. Nein, okay. Es Michel, es Michel. Oh, shit, we got into her, Free. Okay, Free, warte, ich bin mir sicher, wir kriegen die noch irgendwie geklatscht. Shit, Free, doch nicht, doch nicht, ich hab mich geirrt, Free, ich hab mich furchtbar geirrt. Nein. Oh Gott, ich renne. Ich schick dir denn das Video, also mit dem Handy, ich film mich ganz kurz. Film's nicht ganz kurz. Oh, shit. Nee, okay, dunkel, dunkel, dunkel. Oh mein Gott, wie ich, wie ich einfach ein König des Spiels bin. Oh, krass, das war, das hab ich schon ein bisschen gut gemacht, muss man schon sagen. Ich muss, ich muss, Free, lauf. Fress mein kleines. Oh, fress mein kleines. Nein, schon wieder ich, Mann. Jedes Mal, wenn ich gebumst, echt, immer wenn wir so schön im Konglomerat sind. Ich fahr jetzt hier an so einem riesigen rum, an so einem riesigen, äh, Knilch. Fress auf, bin ich im Weg. Das war der schönste Moment in meinem Leben, der Typ, dieser German, ne? Der hat die ganze Zeit an mir vorbeigeschossen. So, pass auf. Ach, der ist da. Okay, also, ihr dürft nicht in die Linie fahren, die ihr erzeugt, und auch nicht in die Linie der anderen. Wer ist da rausgefahren? Wer bin ich? Ach, ich bin der Orangene? Wie scheiße, ich bin so sehe wie mein Schwanz. Nein. Und jetzt mache ich euch kaputt. Oh, grün. Ach, das ist hier. Ach, das ist hier. Der, 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 der. Der, 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 der. Ihr könnt ja måar, meine Kinder. Der, 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 die, der, 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 der. Wie hast du das denn jetzt gemacht? Ich hab das Pick-Up aufgehoben, äh das Power-Up Ja! Jetzt kann man durch die Wand fahren, jetzt kann man durch die Wand fahren, aber vorsicht... Oh man, komm ich wieder auf. Wie scheiße! Multi-Kill! Man hört nur, jetzt kann man durch die Wand fahren, alle machen. Alle machen und fahren einfach gegenüber direkt irgendwo rein. Wie viel gerade das gemacht hat? Nein! Hast du es gesehen? Hat der Glück gehabt! Es ist einfach ein Loch entstanden in deinem Anus. Hat der Glück gehabt! Ha! Tja! Ich mach dich noch langsamer. Das hast du nun davon, das hast du nun davon. Nein Freezer, geh weg! Nein! Wer einfach gewinnt? Ich einfach nur die ganze Zeit verkacke mit Punkten. Gast, du musst dich ein bisschen anstrengen. Gast, du musst gegensteuern, gegensteuern! Es sind nur noch drei Spieler da. Da hab ich schon aufgepasst. Da hast du nicht aufgepasst. Ich glaub ich krieg einfach mal meinem eigenen Hintern rum. Jetzt ist die Frage, wer hat den längeren? Tja, ganz gleich. Da steht schon in seinem Namen. Genau, Pipi! Fick dich doch, Killer, da fick dich! Wenn ich die roten Dinger hier habe, bringen eine Sichtumkehrung. Dann ist er links rechts und rechts ist links. Get it! Get up it! Killer muss sterben, der ist erster, der gewinnt Clash. Das stimmt gar nicht. Manchmal erzählt Freestyle auch ganz gemeine Geschichten. Oh fuck! Nein, scheiße! Ich bin so behindert. Leute, müsst Freestyle kaputt machen, bevor er gewinnt. Nein! Orange fettet sich selbst rein! Boah! Alter, was war das? Na, du hast schon gewonnen, oh Gott! Danke, danke! Okay, ich muss jetzt Freestyle besiegen. Kann ich jetzt scha- Ich bin so scheiße! Oh, scheiße! Er kommt angerasen! So ein Wahnsinniger! Wer sich traut, einen Kreis zu machen, hat gewonnen. Hier in dieser Runde, okay? Drei, zwei, eins, Kreisel Time! Wo bin ich hin? Ich hab keinen Kreis hinbekommen! Ach shit, du fährst ganz schön klug da unten rum. Ah! Freestyle! Oh fuck! Ich hab keinen Kreis hinbekommen! Ah! I'm just kidding! Okay, blau. Alter, ich will an! Oh mein Gott! Oh, oh, Orange, Orange, hol dir das! Nein, nicht das, das ist Rot! Ja, ich weiß! Ja, ich weiß! So links und rechts! Ich wollte das andere auch, oh Mann! Alter, Freestyle ver- Warticht mich! Bra! Bra! Ja, der Pro hier! Am Stüssel! Wortschaffen kenn ich gar nicht! Nein! Und ich leg nach rechts! Ich bin so behindert! Warum hab ich das gemacht? Weil du behindert bist! Hey, hey, bruh! Ich kann cool bleiben, ich bring nie jemanden! EISCOLD! 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 Oh mein Gott! Ich bin überhaupt nicht fett! Die fette Fettmom! Boah, das war fünffache Schwangerschaft! Krass! Ich war im Leaderboard! Ich hab voll den Glück und so! Bra! Bra! Aber er kippt einfach um so! Genau! Bra! Bra! In dem Hintergrund dieses! Bra! 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 oria! Kann der begini ... ARD Text im Auftrag von Funk